Das ist der sogenannte Jerusalemkreuz und das ist gesegnet worden an alle 14 Stationen von unserem Heiland. Und das ist durch den Definitoren vom Kapuzinerorden gesegnet worden. Heute kann man nicht mehr alle Stationen besuchen. Und gestiftet worden ist das Kreuz, unsere Perlmutter vom Concierge und seiner Frau aus dem King David Hotel. Die mussten dort ziemlich stark in die Tasche greifen. Und die haben das gestiftet, extra für diese Kapelle. Und jetzt noch zum Altar. Das ist eine Nachbildung der Heiligen Mutter Gottes Misericordia, also der Barmherzigkeit von Dies und Dies. Und die beiden Patronen dieser Kapelle ist der Heilige Karl Borromeus und der Heilige Canisius. Und die kommen aus Einsiedler. Und jetzt geht es natürlich. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt geht es weiter.